Die nächsten Videos dieser Reihe sind nicht unbedingt Videos für jedermann, denn es wird reichlich Theorie geben. Wer aber ein bisschen knobeln will, gerade ein ähnliches Problem zu lösen hat oder das Thema vielleicht für die Schule braucht, der ist hier genau richtig. Es geht darum, aus den einfachen Logikgattern eine komplexere Logik aufzubauen und das mit möglichst wenig Aufwand. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Logikreihe auf Technik selbst erlebt. Heute machen wir etwas Buhlsche Algebra, das heißt wir werden mit unseren Logikgleichungen rechnen. Wir kennen ja zwei Schreibweisen für die Gleichung, ich werde hier die zweite mathematische Schreibweise benutzen, weil die Gleichungen dadurch kompakter und übersichtlicher werden. Also ein Plus für die Oder-Verknüpfung und das Mal für das Und, welches dann auch ganz entfallen kann. Den Unterschied der Schreibweisen kann man ganz gut an dieser Gleichung sehen. Man darf nur nicht vergessen, dass zwischen den Buchstaben immer noch ein UND steht. Ich versuche ja immer alles mit meinen eigenen Worten zu erklären, so wie ich es am besten verstehe, anstatt einfach aus Fachbüchern vorzulesen. Für mich war immer wichtig, die Theorie an möglichst vielen Beispielen zu sehen, um sie dann selbst anwenden zu können. Um überhaupt erstmal eine Idee davon zu bekommen, worum es geht oder was das Ganze soll, will ich mal den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Bevor wir anfangen, unsere eigenen Logikgleichungen aufzustellen und zu optimieren, sehen wir uns erstmal an, wie man so eine Gleichung in eine Schaltung mit Logikgattern umsetzt. Und wenn wir schon dabei sind, natürlich auch den umgekehrten Weg. Wie lese ich aus einer Schaltung die logischen Zusammenhänge heraus? Fangen wir mit einer einfachen Gleichung an. y gleich a quer und b oder a und b quer. Wir haben nur zwei Eingangsgrößen, a und b. Wir zeichnen uns zunächst mal die zwei Eingangsleitungen. Durch die Schreibweise ist die Gleichung in zwei Blöcke zerlegt. Jetzt zeigt sich doch ein kleiner Vorteil, dass das Plus für das Oder und das Mal für das Und steht. Um eine einheitliche Sprache zu finden, hat man festgelegt, dass die Und-Verknüpfung Vorrang vor der Oder-Verknüpfung hat. Damit gilt, wie in der Mathematik, die Regel Punkt-vor-Strich-Rechnung und wir können uns die Klammern sparen. Wir müssen also die Ausdrücke zuerst Und-Verknüpfen, bevor wir die Blöcke dann Oder-Verknüpfen. Am Ende steht also eine Oder-Verknüpfung von zwei Ausdrücken. Und dazu brauchen wir am Ausgang ein Zweifach-Oder-Gatter. Davor kommen jetzt die beiden Und-Verknüpfungen. Bei der ersten muss A vorher negiert werden. Am zweiten Und-Gatter muss B negiert anliegen. Um die durch die Gleichung dargestellte logische Verknüpfung umzusetzen, brauchen wir ein Zweifach-Oder-Gatter, zwei Zweifach-Und-Gatter und zwei Inverter. Beispiel 2 Diesmal gibt es drei Eingangsgrößen und es müssen drei Ausdrücke Oder-Verknüpft werden. Als erstes B-Quer, also wir müssen B vorher invertieren. Der zweite Ausdruck ist einfach A und C unverknüpft. Und als nächstes eine Dreifach-Unverknüpfung von A, B und C negiert. Aber das ist jetzt noch nicht richtig, denn der gesamte Ausdruck soll nochmal negiert werden. Und das machen wir einfach am Ausgangs-Gatter, indem wir statt dem Dreifach-OR ein Dreifach-NOR nehmen. Alle guten Dinge sind drei. Wer will, kann das Video mal kurz anhalten und es mal selbst versuchen. Okay, gehen wir es wieder der Reihe nach durch. Zuerst die vier Eingänge A bis D. Insgesamt sind vier Ausdrücke Oder-Verknüpft. Allerdings können wir die diesmal nicht alle über ein Vierfach-Oder-Gatter zusammenbringen. Die ersten beiden Ausdrücke müssen nach der Oder-Verknüpfung erst negiert werden, bevor sie an das Ausgangs-Gatter gehen. Der Negationsstrich hat die gleiche Wirkung wie eine Klammer um die ersten beiden Ausdrücke. Das Ausgangs-Gatter hat also wieder drei Eingänge. Einer wird direkt mit A verbunden. Am zweiten werden A und C unverknüpft und das Signal danach invertiert. Wir brauchen also einen Nent-Gatter. Die ersten beiden Ausdrücke werden Oder-Verknüpft und danach negiert. Das heißt, wir brauchen einen Nort-Gatter. Und davor müssen wir noch C und D über einen Und-Gatter und C und B invertiert über ein zweites Und-Gatter zusammenbringen. Jetzt der umgekehrte Weg. Gegeben ist die Schaltung. Wie sieht die dazugehörige Gleichung aus? Man kann sich jetzt aussuchen, ob man von hinten oder von vorn beginnt. Am Ende steht diesmal eine Und-Verknüpfung. Wir können uns schon mal das Und-Zeichen dafür setzen. Davor sind auch je zwei Größen und verknüpft. Einmal B und C invertiert. Vorsichtshalber machen wir eine Klammer darum. Anschließend wird der Ausdruck noch negiert, denn wir haben einen Nent-Gatter. Am zweiten Nent-Gatter wird C verknüpft mit einem Oder aus A und B. Hier muss jetzt unbedingt die Klammer um den Ausdruck, denn die Oder-Verknüpfung kommt zuerst. Und erst danach gibt es das Und mit C. Auch hier wird der gesamte Ausdruck dann am Nent-Gatter invertiert. Nochmal kurz drüber nachdenken und dann die zweite Aufgabe erstmal selbst versuchen. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Am Ausgang haben wir diesmal ein Dreifach-X-Nor. Die drei Zuleitungen sind exklusiv oder verknüpft und das Ergebnis am Ausgang wird dann invertiert. Schreiben wir uns schon mal die zwei X-Ors hin. Am simpelsten ist der mittlere Eingang. Hier liegt einfach das invertierte C-Signal, also C-Quer. Der untere Eingang liegt an einem Dreifach-Oder aus A-Quer, B und C. Im oberen Zweig liegen nochmal zwei Gatter. Ein Oder aus B und C und das Ergebnis wird unverknüpft mit C-Quer. Fehlt nur noch der Strich über alles vom X-Nor. Wir wissen jetzt, wie wir logische Zusammenhänge mit den Grundgattern darstellen können. Normalerweise müssen wir die Gleichung aber erstmal finden. Im ersten Schritt wird sie meist etwas groß und unhandlich. Deshalb müssen wir dann versuchen, die Gleichung durch Umformen auf ein Minimum zu reduzieren, um nicht unnötig viele Gatter zu verbrauchen. Das geht zum einen über Rechenregeln. Die werden wir uns heute ansehen. Die zweite, etwas anschaulichere Methode funktioniert mit dem sogenannten Kano-Plan oder auch KV-Diagramm. Das würde für heute etwas viel werden, darum habe ich beschlossen, das auf das nächste Video zu verschieben. Als erstes sehen wir uns mal die Rechenregeln an und was dahinter steckt. Machen wir uns erst nochmal das Problem anhand eines Beispiels klar. Bei dieser Ausgangsgleichung brauchen wir zur Umsetzung eine Oder-Verknüpfung aus A-Quer und B und eine Unverknüpfung von A und B, bei der das Ergebnis negiert wird, also mit einem NAND-Gatter. Und das wird jetzt nochmal unverknüpft. Die Frage ist, geht das nicht einfacher? Dazu müssen wir versuchen, die Gleichung zu vereinfachen. Und dafür gibt es eine Menge Rechenregeln. Die ersten sind eigentlich ganz logisch, wenn man sich die Funktionsweise von UND und ODER-Gattern ins Gedächtnis ruft. Im ersten Video kann man das nochmal nachsehen. Eine Größe mit Null und verknüpft ergibt Null. Wenn ein Eingang des UND-Gatters an Null, also an Masse liegt, ist der Ausgang immer Null, egal was am zweiten Eingang passiert. Anders, wenn ein Eingang an 1 liegt. Dann entspricht der Ausgangszustand dem anderen Eingang. 1 und A ergibt A. A und A entspricht der Parallelschaltung beider Eingänge und ergibt wieder A. Wird ein Signal mit der Negation desselben unverknüpft, haben nie beide Eingänge das gleiche Potential. A und A quer ergibt immer Null. Sehen wir uns die ODER-Verknüpfung an. Null oder A ergibt wieder A. Liegt ein Eingang an Masse, folgt der Ausgang dem anderen Eingang. 1 oder A ergibt immer 1, denn die ODER-Bedingung für eine 1 am Ausgang ist immer erfüllt. A oder A ist wieder gleichzusetzen mit einer Zusammenschaltung der Eingänge und am Ausgang liegt auch wieder A. Bei der ODER-Verknüpfung von A und seinem Gegenteil ist ein Eingang immer auf 1 und damit auch der Ausgang. Auch ganz logisch, ein Signal zweimal negiert ergibt wieder das ursprüngliche Signal. Die zweite Negation hebt die erste wieder auf. A und B ist das gleiche wie B und A. Und A oder B entspricht B oder A. Mit anderen Worten, die Eingänge am Gatter sind gleichberechtigt und können beliebig vertauscht werden. Bei mehr als zwei Eingangsgrößen ist die Reihenfolge egal, in der sie verknüpft werden. Die Verknüpfung kann auch in mehreren Stufen nacheinander erfolgen. Ist die Verknüpfung innerhalb und außerhalb der Klammer verschieden, kann man den Ausdruck nach dem Verteilungsgesetz ausklammern. Oft sehr nützlich sind die demorgenschen Regeln. Man kann einen über zwei Größen übergreifenden Negationsstrich aufteilen, wenn man das Relationszeichen zwischen den Ausdrücken umkehrt. Also aus UND wird ODER und umgekehrt. Das Ziel ist meist, die Gleichung so umzustellen, dass sich Ausdrücke kürzen lassen und dafür gelten die folgenden Regeln. A und B ODER verknüpft mit A ergibt einfach A. Und A ODER B unverknüpft mit A ergibt auch A. Steht innerhalb der Klammer die Negation des Ausdrucks außerhalb, entfallen die Klammern, die negierten Ausdrücke und der Operator innerhalb der Klammer. Und die letzte Kürzungsregel wird vor allem im KV-Diagramm, das wir im nächsten Video kennenlernen, ausgenutzt. A und B ODER A UND NICHT B Bedeutet ja, dass es auf den Wert von B nicht ankommt und das Ergebnis nur von A abhängt. Der Wert, der sowohl normal als auch negiert auftritt, entfällt einfach. Kommen wir zu unserem Ausgangsproblem zurück. Geht die Gleichung nicht einfacher? Am Anfang ist es schwer, die richtigen Regeln für die Lösung zu finden, da hilft nur Übung. Oft kann man auch mit verschiedenen Regeln zum gleichen Ergebnis kommen. Eine gute Idee wäre vielleicht, den Negationsstrich über den zweiten Ausdruck aufzuteilen. Und da hilft uns die Demorgansche Regel 16. Aus A und B negiert, wird A QUER oder B QUER. In den beiden Klammern kommt sowohl B als auch B QUER vor. Nach Regel 23 können wir B kürzen und übrig bleibt A QUER. Von der komplizierten Schaltung am Anfang bleibt ein einfacher Inverter übrig. Die Leitung B hat überhaupt keinen Einfluss auf das Ergebnis. Machen wir eine zweite Aufgabe. In Abhängigkeit von drei Eingangswerten soll am Ausgang eine LED leuchten. Der Zusammenhang ist in der Wertetabelle dargestellt. Y gleich 1 bedeutet, die LED leuchtet. Daraus werden wir unsere Ausgangsformel entwickeln. Wir sehen uns die Bedingungen für Y gleich 1 an. Y ist gleich 1, zum Beispiel bei A, B und C gleich 0. Also nicht A und nicht B und nicht C. Oder bei nicht A, nicht B und nicht C. Oder nicht A, B und nicht C. Oder A, nicht B und nicht C. Für diese lange Formel bräuchte man einen mächtigen Aufwand an Schaltkreisen. Ein 6-fach oder, davor 6-3-fach und und für A, B und C je einen Inverter. Es sei denn, wir können die Gleichung noch optimieren. Die ersten beiden Ausdrücke unterscheiden sich nur im letzten Teil. C kommt einmal invertiert und einmal nicht invertiert vor. Es ist also egal, welchen Wert C hat. Nach Regel 22 bleibt einmal A quer und B quer übrig. Ähnlich ist es mit diesen beiden Ausdrücken. Übrig bleibt A und B quer. Und bei den übrigen Ausdrücken entfällt das A und es bleibt B und C quer. Jetzt sieht die Formel doch schon wesentlich besser aus. Und wir können Regel 22 nochmal anwenden auf die beiden vorderen Ausdrücke. Damit vereinfacht sich die Formel nochmals zu B quer oder B und C quer. Mit Anwendung von Regel 20 verschwindet jetzt auch noch das B. Wir haben jetzt nur noch eine Oder-Verknüpfung von zwei Größen, die aber vorher noch negiert werden müssen. Das bedeutet ein Oder-Gatter und zwei Inverter. Aber es geht noch besser. Durch Anwendung von Regel 16 wird daraus ein Nennt-Gatter. Mit etwas Übung hätte man das auch gleich aus der Tabelle ablesen können. Der Ausgang ist immer dann 0, wenn B und C 1 sind. A spielt keine Rolle. Aufgabe 3 ist wieder zum ersten Mal selbst probieren. Als erstes wenden wir die DeMorgen-Regel auf den ersten Ausdruck an. B zweimal negiert ist einfach B. Jetzt steht vorne zweimal der gleiche Ausdruck und verknüpft. Bei einigen werden jetzt schon die Köpfe rauchen. Am besten alles in Ruhe Schritt für Schritt nochmal nachvollziehen. Im nächsten Video lernen wir dann eine weitere Methode zur Optimierung solcher Zusammenhänge kennen. Da einige vorhin bestimmt geschummelt haben, als sie das Video anhalten und erst mal selbst überlegen sollten, gibt es wieder Hausaufgaben mit einer Zwangspause bis zur Auflösung. Gegeben ist diese Schaltung. Ihr sollt daraus die Gleichung aufstellen, soweit es geht optimieren und die vereinfachte Schaltung zeichnen. Da ist alles drin, was wir heute hatten. Wem das zu einfach ist, der kann sich dann auch an der Vereinfachung dieser Gleichung versuchen. Fehlt noch die Lösung der letzten Hausaufgabe. Welche logische Verknüpfung ist denn nun die richtige für unsere Alarmanlage? Gehen wir mal ganz systematisch vor. Im Ausgangszustand sind alle Scheiben intakt und die Fensterkontakte geschlossen. Die liegen mit einer Seite an Masse und damit liegen auch alle Eingänge auf Low Potential. Wird ein Kontakt unterbrochen, fehlt die Masseverbindung und der Eingang liegt über den Widerstand an Betriebsspannung, also High Potential. Sobald eine Scheibe zerbrochen ist, soll die Alarmanlage losgehen. Also Scheibe 1 oder Scheibe 2 oder Scheibe 3 oder Scheibe 4 oder mehrere. In der Formulierung steckt das Wort ja schon drin. Wir brauchen eine Oder-Verknüpfung. Bei einem Und würde der Ausgang ja erst umschalten, wenn alle Scheiben kaputt sind. Bei einem Oder schaltet der Ausgang auf High, wenn nur ein Eingang auf High geht. Unsere Sirene liegt aber mit einem Anschluss schon an Betriebsspannung. Sie braucht eine Masseverbindung, um zu heulen. Bei einem Oder-Gatter würde sie also ständig Alarm machen, wenn die Scheiben ganz sind und wir müssten eine Scheibe einschlagen, damit endlich Ruhe ist. Das funktioniert also genau entgegengesetzt, wie wir wollen. Wir brauchen das Gegenteil und müssen deshalb den Ausgang invertieren. Die richtige Antwort ist also ein Vierfach-Nor-Gatter. Es würde auch mit einem Oder-Gatter funktionieren, wenn wir die Sirene auf Masse legen. Jetzt aber viel Erfolg bei den neuen Aufgaben und die Auflösung gibt es in Teil 3. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.